Die MIG 34 hat einen Turbodeasermotor mit 34 PS. Sie ist besonders gut geeignet für Gehwegreinigung und Rasenpflege. In einem Arbeitsgang wird Unkraut beseitigt und aufgesaugt. Der Tiergutbehärter kann sowohl Straßenschmutz als auch Schnittgut aufnehmen. Durch die optimale Luftführung im Abluftsystem wird der Staub- und Polenanteil deutlich gesenkt. Das ist umweltfreundlich und schützt allergischer. Die MIG 34 hat eine Gesamthöhe von unter 2 Metern. Selbst als Mäh- und Saugerät ist sie nicht höher. Die MEDECs für die MIG 34 sind auch für das Mulchen geeignet. Die MIG 34 hat serienmäßig eine Klimaanlage. Die symmetrische Knicklenkung ergibt eine hundertprozentige Spurtreue. Dadurch wird die Grasnarbe geschont. Durch die 40 Liter Hydraulikleistung lässt sich Wildflux mühelos beseitigen. Die MIG 34 ist ein richtiges Mehrzweckfahrzeug und das macht sie so einzigartig. Die MIG 34